Frau Piu, weshalb lanciert die SPB dieses Projekt? Weshalb wir das tun? Unterwegs zu Hause heisst für uns auch, innovativ im Bahncatering zu sein. Und hier müssen wir eine Vielfalt entwickeln und deswegen ist diese Partnerschaft, die wir mit Starbucks haben, eine Innovation weltweit. Und die wird unser Angebot im Bahncatering optimal ergänzen.